...zu tief für einen solchen Sprung von der Stilistik hier nur 15,65 zu kriegen. Andi Felder! Liebe Zuschauer, neben uns sitzen die Kollegen des österreichischen Fernsehens. Peter Elstler hat eben an die Decke geklopft, freut sich über diesen Sprung von Andi Felder. Lassen Sie sich im Übrigen nicht von der eingeblendeten Teamwertung irritieren, meine Damen und Herren, das sagt gar nichts. Wir haben genau mitgerechnet, die Österreicher sind jetzt um etwa sieben Punkte vor den Finnen. Aber der letzte Finne kommt ja noch.